Okay Guys, es ist also Cooking Time. Dann folgt mir in die Küche. Okay, also wir brauchen Brot, Rekadellen und daraus machen wir uns den Burger. Okay, also wie gesagt, wir haben die Zutaten. Wir haben eine Mikrowelle und ich habe von England gelernt. Also geht das Ganze in den Mikro und wir gucken, was weiter rauskommt. Wir haben die Zutaten. Wir haben die Zutaten. Wir haben die Zutaten. Ich würde mich wirklich kancen. Wir werden das mit der Zutaten. Okay, es ist fertig. Wundervolle Burger! So, ich hoffe, diese kleinen Kasten hat gefallen. Ich hab Burger, ich bin halt essen. Roman, du guckst vielleicht auch noch einen, wenn ich mich übrig lasse. Und guten Appetit! Rapper!